Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mein Kampf. The Word Jump, ja, ich, der Teichef, ist dabei und Lektor L.P. und auch der Marotosh L.P. Genau, wir versuchen, also Lektor L.P. und ich, versuchen weiter hier weiterzukommen, während der Marotosh L.P. schon irgendwo dahinten ist. Und zwei verzauberte Bücher, die er vorlesen kann, also Homo reinigen, die Tassen, lese mal vor. Einmal the important, the rest of the repud the music discate in the chest after you, komm, da ist was im Weg. Ach, halt mal, du kannst es nicht vorlesen, wenn wir schon die Wörter anhören, oh, kannst du es versetzen? Warte, du musst auch übersetzen. Also ich denke mal, nein. Ohne Übersetzer? Ja, denke mal, nein, also nein. Nein, da steht irgendwas, als wir die Schallplatte, die ich habe, in einer Chest, als in einer Troo tun sollen. Jetzt schon mal etwas. Ja, das denke ich auch. After your completion of the black room, also als wir danach den black room komplett machen sollen, auswählen nicht. KP. Ja, 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 ja. Nein. Ach ja, ihr dürft, darf ich euch einen Tipp geben? Was denn? Den letzten, äh, wenn, ihr tut ja die Sticks da hoch springen, ne? Den letzten, den letzten mach ich nicht, ich gehe da vorne, gehe direkt aufs Welbe. Aufs Letzte könnt ihr gar nicht. Der Letzte ist eigentlich schwachsinnig. Ihr müsst auf den vorletzten gehen, nach hinten rechts und dann um die Ecke springen, um da drauf zu kommen. Alter, guck mal, der kommt da hoch. Guck mal, ich habe mich aus der Sini eingesperrt. Du hast dich eingesperrt? Ja, hier geht's weiter zum nächsten Challenge. Nicht durchkommen. Ich habe eine Fackel auf die Tür gelegt. Habe gedacht, die ist schwer genug, aber ist ja eine Steinplatte, ist nicht schwer genug. So, wir sind durch. Teiche, wo bist du? Ja, ich bin nicht noch. Ja, warte mal. Geh mal kurz auf die Druckplatte. Dann kannst du das ja vorlesen, die Bücher. Ah, genau, hast recht, schmeiß dich doch einfach da hin. Lass einfach so da hinspeisen. Dann lese ich die mal vor. Oder direkt auf Deutsch. Ja. Jo, um, sind das mit den Feuerwerken, ist da oben. Nein, ich habe nicht weiter zu tun. Das eine ist irgendwie, glaube ich, ein Zitat von The Legend of Zelda, glaube ich mal, irgendwie. So hört sich das mäßig an, weil ich auf Englisch mal durchgezockt habe. So, ich kann nicht mal kurz auf Englisch vorfällt, finde ich ja. Auf Deutsch, du Idiot. Nö, egal. Ist jetzt auch mal durch. Nö. Ach so, die Music, die wir gefunden haben in der Chest. Das ist eine selbst erstellte vom Parcours-Map-Ersteller Cheese-Bergur-Elf. Also, für all die wissen wollten, wie der Parcours-Ersteller heißt, jetzt wisst ihr es. Teichef, kommst du jetzt mal so langsam? Habt ihr was zu essen? Ich habe Apfel und einen Schink und eine Pilzsuppe. Ich habe einen rohen Fisch, Brot und Steak. Hast du eine Waffe? Feuil. Also, ich hab nichts. Weißt schon, dass ich bessere Ausrüstung habe? Ich will jetzt nicht drauf ankommen. Ich hab aber auch einen Knopf. Nein, drück den mal lieber. Knopf an den Kopf. Nein, tu dir mal hier hin, dann können wir die Tür von Aus noch aufmachen. Nö. Tschüss. Ich frage mich, ganz ehrlich, wofür brauchen wir Schwerter, also Waffen und Angel, Rosenblatt und Eisenbachen. Ich hab Eisenbachen. Oh, jetzt kommt ein Teilchef. Ich hasse diese Scheiße. Ich kann ein Netzwerk mal was hier rumpfen. Genau, ich fliege den ersten trotzdem weiter. Möchtest du sprengen? Ich glaube, die Leute kennen jetzt diese Challenge. Oder nee, machst du weiter. Ich kann nur wahrscheinlich in- und ausfüllen nicht, aber... Du springst immer wieder gegen den anderen Nippel. ich habe es als erstes geschafft noch noch ich bin der Witzweil selbst seit Jahren ich bin der Befüllen mit den meisten Sachen hat 3 möchtest du springen Teil Scherf aber nicht ab er lebt auch wo bist du denn ach so jetzt kapiere ich wie wir haben das geht man sollte auch springen vielleicht hat das auch letztes Mal bei der eine Folge nur so gebackt ein Volk bei dem ein Spiel weil ich Mats installiert hatte ne vielleicht hat es einfach nur gebackt weil die ganze Welt so groß war oder das denn ich habe jetzt keine Mats installiert und es läuft flüssig aber nun ganz kleines bisschen was die Tassen nicht richtig gedrückt weil ich mache ich will die nächste Stelle entspricht habe ich will wissen was in der Truhe ist was dich interessiert interessiert dich nicht ich könnte jetzt die Wolle kaputt machen und zu euch gehen dürfen wir aber nicht ja das kann auch ein bisschen dauern bis ich hier durch bin hihihihihi ach ich will auch zurück und zu gucken nö das was mich abbringt ist das Feuerwehr soll das ausmachen komm und die Schäden die die Söder warst wie du versagst er hat der war gut wenn du auf dem oder sagt Nürnberg was noch in die Blöcke die du platzieren kannst gar nicht nichts zu platzieren der Kastner das war also ich betrachte mal die Außen-Einrichtungen ich gucke mal die Bäume hier zu handeln das ist ein bisschen Leiden in den Warten was du gerade in den Game und Black als du vielleicht was mit der Challenge bei der Himmel ja genau ja dann war auf dich gewartet er hat den Sprung geschafft in der Filterunterhof was für ihn ich gucke euch jetzt auch mal zu wie bist du jetzt rausgekommen ich mache die gleiche technik wie ihr auch ja aber du darfst die tür nicht kaputt machen hast du die tür kaputt gemacht nö schalter eingesetzt was den schalter wieder kaputt gemacht ja schon wieder drauf Loll das Gesamt einmal drauf das ist ein heute zum drittletzten Sprung da unten hinter den Black Raleigh unten da bin ich ja noch nicht ganz drauf gekommen komm ich hab keine Lust hier noch länger zu warten außer mir ist ja 10 Minuten hier Cut jetzt wieder dran guck mal beim ersten Mal springst du jetzt ja dann gib mal ein äh 10 ey ja kann ich nicht ich hab den Chat ausgemacht Frau Toshi mach du das mal aber zu mir hin guck mal was er jetzt eingibt hat die Marotoshi das richtig ok hier lang könnt einfach hier durchgehen und die nächste Challenge mit pinker Wolle er hat sich es schafft so auf Anhieb ok 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 hier ist das feuerwerk sag ich doch heute ist so ein scheiß Sporn bei der Diamant Borten kreischt du bist mir echt im Weg an Zeit und andere das sieht so aus st selbst springen versorgt was sagt kurz der Kampel er hat mich da unten noch ich nein die und ein Bein stecken das war schon mit ich war durch wird sich eingreifen dürfen fast dass er auch wieder hochkommt hatte bitteschön 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 einhause hat er so pittiger Katar jetzt noch kommen ich will weiter erwisassungen den euch gerade in der Kiste gefunden um mann ich hätte jetzt auch was schießen gehabt der Robert ja ich hab den Bogen und sie mussten und leider so mitnehmen war das sieht voll geil aus mit diesen Raketen jetzt hier Ruh bei Euro bei Euro er hat so auf vor vor dem Netz ab komm jetzt darüber was glaubst du was schneller ich mit dem abbauen mit der Hand die ich noch nicht abbauen oder teilschefte durch teilschef ist jetzt da ist da ich? kann ich durchs Wasser? ich sehe hier zwar nicht wirklich viel aber hier ist ja zu vorne hier kann ich kaputt machen damit es nicht so weiter backt ja ok boah das dauert Jahre ich hoffe ja schon gut doppelt Power Frage wie soll man hier durchkommen kein Plan du könnt auch mal auf uns warten ihr habt gefragt kann ich durch ich hab gefragt kann ich durchgehen hab gesagt ja kaputt keine weiteren Raketen mehr gut jeder reiht an der Kiste dran vorbei an welcher? da war eine Kiste ich hab jetzt auch eine Kiste ja ich höre auf ich höre auf alter alter ich hab jetzt mal den Sprung der Mütterstand schafft ich hab jetzt mal den Sprung der Mütterstand schaffen hey ey gesucht tot? ja moin doch ich war tot ich hab auf Wiederbeam geklickt alter jetzt hör auf sonst würde ein ITIP der hier hier liegen sagen ah ok ein Block im Weg hier ist mir jemand im Weg alter alter Marotosch flitzeiert durch die Kiesel Lüffel indurch Wie sehen wir? Ich muss mal gucken, ob das geht. Will jemand Eisen-Kettenstiefel, meine ich? Ich tausche gerne. Schade. Ey, wie bist du da? Ah, so. Du musst gar nicht auf diesen anderen Block drauf. Ist mir auch aufgefallen. Ich wollte dich aber nicht sagen, denn sonst hättest ihr vielleicht meine Kiste bekommen. Jetzt kommt bald durch. Schildern im Mayspace. Ja, da wird meiner wieder ganz oben gewesen. Ich mich verarschen. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Geil, ja. Geil. Ja, ja, ja. Ach so, okay. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich hab ne Fakte, ich bin gleich tot, du. Ich war gleich tot, du wirst einfach hier wieder respawned. Ja, komm. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Nein. Daumen, sag. Bei mir backt er gerade. So, ich scherp, die folgt in fünf Minuten, äh ne, in drei Minuten wiederum. Jetzt nur noch ein zwei. Aber Junge, jetzt hier rüber, hier rüber ins Wasser. Nicht da runter. Ins was? Wenn er den Doppelsprung nicht annimmt, kann ich nichts dafür. Ja, boah. Jetzt rüber ins Wasser. Auf. yp, bup, bup, buch. Nicht nach unten, nach oben. also ich sag nur 1, die nächste Challenge ist kacke, da sind ganz viele Eckspringen mit Glieder geil ey, du darfst noch nicht durch ich bin ja auch nicht gesprungen you are now in the A of Minecraft this is the dark grey room it will start to get a lot harder now also das heißt uns fehlt nur das A, das F, das T und dann sind wir durch L willst du haben? was will ich haben? hab ich in der Hand hab selber Schuhe das sind aber Eisenschuhe also Kettenstiefel ich hab Meisenhelm oh, bitch like und ich hab Goldschuhe ah cool, da ist er los geht's, nächste Challenge start warum soll ich eigentlich so langsam hier runtergehen? ich spring doch einfach runter ein hey nein, das ist doch voll der Back ich war, ich war, ich war, am Ende und dann war Back und ich bin runtergefallen durch ja ich war ja die Stürme den Knopf da hingewert kommt von die 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 ich war durch ich war durch also ich war fast durch er tp mich mal bitte zurück zum marotoshi, ich will die Challenge jetzt noch schaffen ich will die Challenge noch schaffen Und wenn du das nicht hättest, dann musst du das wirklich gut machen. Great job for finding this! Du hast mich mal zurück zu Marotoshi. Ich will die Challenge noch schaffen. Ich hab jetzt die Tür da einfach gesehen und dachte mir, sitzt mir doch einfach diesen... Dankeschön! Äh, ja. Was dahinter? Ja, denn da geht's dann weiter. Also das gleiche wie oben, ja? Ja. Komm mal her, Teilchef, dann kriegst du von mir Steineisenstiefel. Ja, dann werfen wir die mal hier hin. Ey, ich war durch, es parkt ihn dann. Hinter dir, ruhig. Ey, du sollst durchkommen. Geht nicht. Komm durch. Da hast du sie. Nö. Marotoshi abgeben. Boah, du bist mir... Ich hab sie da runtergeworfen irgendwo. Nein, ich hab sie in der Hand. Direkt am Marotoshi. Sehr schön. Oh. Da sind sie. Nichts weiter? Nö. Das Steinschwert gehört hier. Ich gehörte gleich wieder. Ey, ich war schon wieder fast durch. Little bit fun. No. Wer hat das pickt? Wer hat das... Das ist dahingestellt. Ich? Hab ich grad gefunden. Ich hab's gefunden. So, jetzt hab ich auch über die faire Weise geschafft. Ach. Was, die andere ist auch eine faire Weise, was wir finden dürfen anscheinend setzen. Hm. Oh, jetzt sind wir im blauen Raum. Alter. Alter. Na ja, Freunde, folgen Pause, folgen Pause, folgen, 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 folgen Pause. Ja, ich will jetzt nicht direkt. Ach komm, ich mach die Folgenpause hier unten. Ja. Tschüss Freunde. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Let's Play Minecraft Adventure Maps. Minecraft Word. Ciao. Bis dann, Freunde. Ciao. 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 Ciao.